Ich bin hoch erfreut, hier vor Ihnen sprechen zu dürfen. Danke, vielen Dank. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei allen jenen zu bedanken, die an dieser Zusammenkunft beteiligt waren. Dank an Harald Ünzelmann, Bernd Westphal, Christine Schulz, Dirk Repetzky, Familie Poppenhäger, Kater Kumkum und Jörg Kroll. Mein Name ist Adaline und Sie sehen UPS Revanche, 1988, released von Areola Soft, entwickelt von Ralf Glau und Thomas Heimann. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Ja, muss natürlich hier so ein bisschen mitmachen, hier bei diesem wunderbaren Intro von UPS Revanche. Ja, vielleicht kennt es die eine oder der andere. Es ist so die Zeit von, ich sage mal, Dallas, UPS Revanche und Eul Imperium. UPS Revanche, ja, es ist ein bisschen abgeschlagen, wenn man jetzt gegen Eul Imperium das Ganze sieht, aber trotzdem interessant, finde ich. Ralf Glau kommt euch vielleicht auch bekannt vor, der hat mitentwickelt Vermeer und Hansel, also auch Wirtschaftssimulationen. Insofern dürfte euch Ralf Glau vielleicht ein Begriff sein. Als Spiel starten, nein. Wir wollen ein neues Spiel starten, ja. Wir können natürlich mehrere Spieler hier bestimmen, da ich alleine bin und euch das natürlich erstmal zeigen möchte. Machen wir Spieleranzahl 1. Ihre Namen. Spieler 1. Adaline. Und wir sind ein ganz junger, neuer CEO des Unternehmens, ein Harvard-Absolvent, der jetzt hier die Leitung des angeschlagenen Unternehmens unter seine Fittiche nimmt. Im Hotel Luxor haben wir natürlich genächtigt. Wir kommen an in New York. Lage Miete für 0 Tage. Ja, wir haben natürlich noch keine Ölreserven, nichts auf Lage, deswegen brauchen wir auch nichts bezahlen. Und wir fangen an in New York. 1. Januar 1960. Hier haben wir unser Kapital einmal. 3 Millionen Dollar hat unsere Gesellschaft an Kapital. Die Ölförderung ist bei 0 Tonnen, also wir haben jetzt 0 Bohrtürme, wir haben also noch gar nichts. Unser Privatkonto steht hier bei 20.000 Dollar. Wir strotzen vor Gesundheit und unsere Beliebtheit ist unter ferner liefen. Keine Sau kennt uns. Das ist ja irgendwie auch bekannt, denn als junger Harvard-Student hat man die ganze Zeit gebüffelt und überhaupt keine menschlichen Kontakte gehabt. Insofern wissen wir nichts. Wir haben nichts außer 20.000 Dollar und 3.000 Dollar Firmenkapital. Wir haben einen Frachter mit 11.000 Tonnen Ladekapazität. Wir haben hier in New York eine Anzeige, wie viel Tonnen Öl haben wir in New York. Auch nichts. Und hier ist unser Regal mit den ganzen Preisen, die wir schon bekommen haben. Das ist aber sehr eingestaubt. Ja, also wir haben überhaupt keine Preise. Insofern müssen wir erstmal schauen, dass wir die bekommen. Hier haben wir einmal die Übersicht. Wir können natürlich mit dem Taxi fahren, entweder ins Hotel oder zum Flughafen. Dann haben wir hier die Möglichkeit, Fracht hier zu bestimmen. Das sind die einzelnen Häfen. Im Hafen von New York liegt unsere Ada 1. Das ist unser erstes Frachtschiff. Und wir können die ja schon mal von New York mit Ballast nach Mexiko schicken. Denn Mexiko, das ist so das, was am nächsten ist. Also wir haben hier die Möglichkeit zu sehen, New York und Rotterdam, das sind natürlich keine ölfördernden Punkte. Also New York und Rotterdam, das sind die Punkte, wo man das Öl verkauft. Und wir haben hier die Länder Mexiko, Venezuela, Arabien und Sumatra. Und hier seht ihr auch die Zeit, also bis nach Sumatra dauert es 32 Tage, nach Arabien 21 Tage, von New York natürlich nach Venezuela 7 Tage und Mexiko in dem Sinne nur 6 Tage. Deswegen nehme ich Mexiko und wir schicken unsere Ada 1 hier, Zustand, naja, geht so, nach Mexiko. Denn wir wollen in Mexiko Öl fördern. So, das hat uns jetzt schon mal 10.000 Dollar gekostet, dass wir den Frachter hier losgeschickt haben. Und wir gucken uns mal den Ölmarkt an. Also hier haben wir die beiden Ölmärkte von New York und von Rotterdam. Verschiedene Ölpreise natürlich vielleicht, aber hier im Moment noch gleich. Wir können Öl kaufen und auch verkaufen. Wir haben hier die Möglichkeit, die Bank zu besuchen, die Zentrale natürlich, die Werft in New York. Sabotage betreiben oder auch Daten abrufen. Ich würde sagen, wir gehen hier erstmal auf Zentrale, denn wir brauchen natürlich für die Förderung von Öl auch entsprechend Material. Und zwar in Form von Sprengsätzen, Bohrtürmen und auch Hubschraubern. Wir fangen einfach an mit Mexiko. Also hier Mexiko Sprengsätze würde ich sagen. Da sehen wir auch den kleinen Pfeil, der uns anzeigt, wo sind wir jetzt gerade. Sprengsätze für Mexiko, für Venezuela, Arabien, das wäre dann hier. Oder auch Sumatra, das ist dann hier. Ich würde sagen, Mexiko Sprengsätze. Fangen wir einmal mit 15 Stück. Bohrtürme für Mexiko. Wir haben jetzt 2,8 Millionen. Ich würde sagen, kaufen wir erstmal zwei. Und die Fördermenge bei zwei Bohrtürmen in Mexiko setze ich jetzt mal auf 500. Dann haben wir also hier 500 Tonnen pro Tag pro Bohrturm. Das heißt also 1.000 Tonnen Fördermenge pro Tag. Dann summa summarum, wenn wir zwei laufende Bohrtürme haben. Ist aber noch nicht fertig. Wir gehen einmal ganz kurz zur Bank, zum Bankdepot. Unsere Aktie steht bei 260 Dollar. Ich würde sagen, wir nehmen einmal einen Wechsel auf in Höhe von 5 Millionen. Der Wechsel wird völlig am 1. März 1960 ausgezahlt werden. 4,75 Millionen. Unser Kapital ist 5 Millionen. Wunderbar. Aktie bei 260, das merken wir uns mal. Und jetzt müssen wir nach Mexiko reisen. Das heißt, wir nehmen das Taxi. Das andere hier, die Werft. Kann ich euch vielleicht auch nochmal zeigen. Also hier können wir unsere Flotte entsprechend aufrüsten, indem wir hier die Tanker. Das geht jetzt hier von 16.000 Tonnen oder 250.000 Tonner Tanker. Ja, also es ist richtig übel. Die können wir bauen. Der teuerste Tanker kostet 50 Millionen. Und der günstigste, ja wir haben natürlich jetzt hier keinen neuen, wir sind nur bei 11.000 Tonnen. Der kostet hier 3,2 Millionen. Da würde ich sagen, reicht das erstmal, wenn wir den einen Tanker haben. Beziehungsweise wir können ja vielleicht auch mal einen Tanker bauen. Ja, ich würde sagen, komm. Wir bauen einen neuen Tanker. Hier sehen wir die auch. Wunderschön. Boah, hier so ein 250.000 Tonnen Tanker. Das ist ja Wahnsinn, was das für ein Vieh ist. Krass. Habe ich so ein kleiner, süßer, kleiner Tanker mit 16.000 Tonnen. Den können wir uns gerade leisten. Stabellauf in 40 Tagen. Wow. Am 10.02.1960 ist unser Tanker fertig. Wunderbar. Und hier können wir natürlich auch noch verschrotten und docken. Wenn es nötig ist, wenn wir in den Sturm kommen. Und hier, oh wei wei. Das war relativ ungesund, das Ganze, was wir gerade gemacht haben. Am Hafen. Scheint also unsere Gesundheit jetzt nicht wirklich gut getan zu haben. Egal. Wir sind noch fit genug, dass wir vielleicht es schaffen zum Flughafen. Und dann reisen wir nach Mexiko. Kostet 304 Dollar. Und kommt natürlich alles hier vom Firmenkapital runter. Alle Passagiere des Fluges OC147 nach Mexiko, bitte sofort zum Ausgang. A. Ja, ich lebe. Ich lebe. Oh, Entschuldigung. Kennt ihr das, wenn ihr landet und dann alle klatschen und sagen so, ja, danke. Lieber Gott. Okay. Ankunft von Adaline in Mexiko. Reisezeit ein Tag. Lagermiete für einen Tag. Ja. Null. Null Dollar. Okay. So. Wir befinden uns in Mexiko. Viva. Viva Mexiko. Wunderbar. Und wir haben jetzt hier statt Werft haben wir hier Expedition. Das heißt, wir gehen auf Expedition in Mexiko. Viva Viva. So. Hier ist Mexiko, wie man sieht. Man erkennt es ja. Wunderschön gemacht mit Bergen und Flüssen und Animation. Wunder, wunderschön. Naja, es geht. Also deswegen hier der Unterschied ist ein bisschen staubtrocken hier natürlich das Ganze. Anders als bei Oil Imperium. Deswegen hier der Unterschied hier schon mal ein bisschen spürbar. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier auf jeden Fall sehr viele, 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 viele Ölfelder. Aber in der Form, dass wir hier jedes einzelne Kästchen haben. Also das ist schon extrem, finde ich. Das ist schon echt übel. So. Wir müssen hier anfangen mit der Sprengung. Wir nehmen uns einmal eine kleine Sprengladung und hauen die einfach mal hier oben links in die Ecke. Und sehen hier den Ausschlag. Das heißt also, da scheint also kein Öl zu sein. Insofern, damit wir jetzt das natürlich strukturiert angehen. Jetzt nicht irgendwo hier rein und da und da und da und da. Da bin ich überhaupt nicht freund von. Da kommt mein Monk wieder durch. Ich setze natürlich hier Feld für Feld die Sprengung an. Und sehen wir also in dem Feld hier ist schon ein deutlicher Ausschlag zu sehen. Das heißt, wir können hier eine Konzession kaufen, dass wir Öl fördern dürfen auf der Parzelle. Kostet natürlich 250.000 Dollar. Ja, nehme ich. Und hier haben wir so ein kleines Fähnchen. Insofern, ja, machen wir mal weiter. Oh, sehr schön. Also ein richtig kräftiger Ausschlag hier. Zack. Auch Konzession kaufen. Ja, natürlich, natürlich. So, da hätten wir unsere beiden konzessionierten Ölfelder. Und dann würde ich sagen, wir haben ja zwei Börthürme gekauft. Dann machen wir direkt mal eine Probebohrung. Und auch natürlich noch die zweite. Wunderbar. Und können jetzt hier uns erstmal weiter durchsprengen, würde ich sagen. Hier ist nix. Da ist auch nix. Dass wir hier kein Ölfeld verpassen. Da ist auch nix. Also hier scheint irgendwie, hier ist furztrocken. Also da ist gar nix. Oh, hier ist nochmal Ausschlag. Das heißt, hier können wir direkt mal einen Marker setzen. Konzession kaufen. Ja, wunderbar. So, das soll ich hier schon mal ausprobieren, wo wir das nächste Öl-Türmchen hinstellen könnten. So, sechs Sprengsätze habe ich noch. Dann sprengen wir einfach mal runter weiter. So. Oh. Ui, ui, ui. So, jetzt haben wir einmal das Land umgegraben. Und hier haben wir noch zwei Felder frei. Das heißt, da müssen wir nachher nochmal gucken. So. Können wir auch direkt machen. Zentrale Sprengsätze für Mexiko. Hätte ich gerne nochmal. Ach komm, vier Stück. So, danke. Zentrale. Ja. 1,2 Millionen kostet immer noch so ein Bohrturm. Expedition. Sprengung. Hier ist auch nix. Also, die erste Spalte hier ist komplett leer. Dann gucken wir mal, die zweite Spalte hier ist noch was. Da holte ich auch nochmal eine Konzession. So, gucken, ob hier noch was ist. Ja, da auch. Da holen wir uns auch nochmal eine Konzession. Dann hätten wir jetzt fünf Konzessionen. Wunderbar. Das heißt, wir können hier auch uns entsprechend erweitern. So, wir haben 630.000 Dollar noch übrig. Das heißt, wir gucken mal auf die Bank. Unsere Aktien sind ein bisschen im Wert gesunken. 170 Dollar. Das ist wunderbar. Dann würde ich sagen, kaufen wir uns doch mal vielleicht 1.000 Anteile. 1.000 Anteile zu 170.000. Ach komm, wir machen noch ein bisschen mehr, oder? Holen wir nochmal 2.000. So, und 120.000 Dollar halte ich nochmal. Hoffentlich kommen wir damit hin. Denn wir müssen ja noch abwarten. Oh Gott, unsere Gesundheit. Das ist richtig übel. Wir müssen ganz dringend ins Hotel. Fünf Tage braucht noch der Tanker, bis er jetzt hier in Mexiko ist. Das heißt, wir warten einfach mal. Ich würde sagen, wir nehmen mal ein Zimmer. Weil wir haben nur 20.000. Hier sind die Preise. Luxus-Apartment 960 Dollar pro Tag. Das ist ja echt übel. Ich würde sagen, ein Zimmer reicht. Jetzt erstmal hier für fünf Tage. Ankunft von Adeline in Mexiko. Aufenthalt fünf Tage. Wir haben noch nichts gefördert. Also insofern noch keine Kosten. Und alle eins ist in Mexiko. Das heißt, hier steht unser Tanker bereit. Jetzt gucken wir uns ganz kurz mal die Daten an. Wir haben die Probebohrung gemacht. Und zwar sehen wir hier einmal die Termine, die es gibt. Der nächste Wechsel wird fällig in 84 Tagen. Am 31.03.1960. Irgendwann von 5 Millionen. Die nächste Vorstandstagung findet statt am 1. März. Gesetztes Ziel. Aktienanteile 0%. Und Universitätsball. Also in 84 Tagen. Am 2.04. ist der Uniball. Dann haben wir die Tankerposition. Ist ja klar. Können wir uns auch mal anschauen. In Bau befindet sich die Adder 2. Dauert noch 34 Tage. Und Adder 1 ist auf Rede in Mexiko. Die wartet hier entsprechend auf Befehle. Und Ölfelder haben wir auch. Mexiko. Hier sehen wir also, hier haben wir schon 500 Meter. Wir kommen pro Tag 100 Meter in die Erde rein. Das heißt, wir haben hier noch keine Förderung. Wir sind immer noch kräftig am Bohren. Und insofern können wir uns die Ölpreisentwicklung auch mal anschauen. Aktienkurs. Ja, das geht so. Aber hier der Ölpreis. Der ist relativ stabil. Hier brennt 300 Dollar ungefähr. Das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Oh, meine Gesundheit. So, wir brauchen jetzt ein bisschen mehr Zeit. Ich gehe mal ins Hotel. Ich würde sagen, 25 Tage sollten reichen. Dann hätten wir wahrscheinlich so viel gefördert, dass wir mit Adder 1 loslegen können. Aktienspekulation fehlgeschlagen. Dem Unternehmen von Annalen entstand ein Schaden von 36.208 Dollar. Oh wei. Die Ölministerkonferenz in Venezuela beschließt Erhöhung der Förderquoten. Aktienspekulation fehlgeschlagen. Schaden 25.345 Dollar. Die Monatsabrechnung. Aktienkursänderung minus 867 Dollar. Premium 0 Dollar. Gehalt 6.000 Dollar. Das heißt, unser Konto ist jetzt bei 22.400. Und ein Monatsgehalt von 6.000 Dollar. Das ist doch gar nicht schlecht für den Anfang. So, und wir sind jetzt hier nach 30 Tagen soweit. Wir haben 11.000 Tonnen Öl in Mexiko. Und schicken dann direkt mal Adder 1 hier nach New York, würde ich sagen. Weil das der nächstgelegene Hafen ist. Also, von Mexiko Transport nach New York mit der Adder 1. Und jetzt nehmen wir hier die 11.000 Tonnen Öl mit nach New York. Wunderbar. Unsere Gesundheit sinkt wieder leicht. Unser Kapital ist bei 33.900. Ich würde sagen, wir fliegen direkt mal vor. Wir werden natürlich fünf Tage vor Adder 1 ankommen. Also ab zum Flughafen. Nach New York. Alle Passagiere des Fluges OC 131 nach New York. Bitte sofort zum Ausgang C. Ich möchte am Fenster sitzen. Ja, danke. 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 Adder 1 landet in New York. Mein Koffer ist weg. Nein. Oh, scheiße. Ankunft von Adder 1 in New York. Reisezeit 1 Tag. Und wir haben wieder auch keine Kosten. Weil wir ja auch die Tonnen jetzt quasi auf dem Meer umher schippern. Und wir müssen noch fünf Tage warten. Das heißt, wir gehen ins Hotel. Zimmer. Wir machen fünf Tage. Kostet 600 Dollar. Wow. Dem Unternehmen von Adder 1 werden Subventionen in Höhe von 2 Millionen bewilligt. Juhu. Okay. So. Lagemiete für fünf Tage. In Mexiko 5.000 Dollar. Ist ja okay. Und die Adder 1 ist in New York angekommen mit 11.000 Tonnen. Wunderbar. Das heißt, wir können auf dem Ölmarkt. Ölverkauf New York hier zu 129,25 Dollar. Dann erstmal alles verkaufen. Ja. 1,4 Millionen hat es ungefähr gebracht. Wir schicken unsere Adder 1 gleich wieder zurück. Ich würde nur sagen, wir gehen ganz kurz mal in die Werft und ja, docken vielleicht die Adder 1, weil der Zustand ist jetzt schon echt übel. Adder 1 Reparaturkosten 1 Million. Fertig in neun Tagen. Okay. Oh wei, oh wei, oh wei. So, Bankdepot. Die Aktie steigt auf 409 Dollar. Ich würde sagen, wir warten einfach mal auf den Wechsel. Vielleicht haben wir ja noch ein bisschen Glück. So. Mal kurz gucken. Daten. Tanker Position. Quatsch. Tanker Position. In drei Tagen ist unsere Adder 2 fertig und in neun Tagen ist unsere Adder 1 im Dock fertig. Das heißt, ich würde sagen, wir warten mal drei Tage. Taxi, Hotel, hier mein Apartment für drei Tage hier. 1200 Dollar. Boah. Ach, war das schön. So, Stablauf in New York. Jawohl. Feiern. Wir gehen in die Fracht und zwar von New York. Ballast nach Mexiko. Die Adder 2. Und hier sehen wir auch, wie viele tausend Tonnen wir in Mexiko stehen haben. Also neun tausend Tonnen. Sechs Tage. Das bedeutet, wir hätten dann 15.000 Tonnen. Das heißt, die Adder 2 sollte eigentlich, wenn sie jetzt nicht im Sturm irgendwie beschädigt wird, mit 15.000 Tonnen dann irgendwann auch wieder zurückkommen. Jetzt nehme ich mal wieder ein Zimmer. Sechs Tage. Jawohl. Aktienspekulation fehlgeschlagen. Uns entsteht ein Schaden von, was, 726.839 Dollar. Boah, ihr Schweine. So, wunderbar. Unsere Gesundheit, oh meine Güte. So, von Mexiko. Transport nach New York. 15.000 Tonnen. Wunderbar. Und von New York Ballast nach Mexiko. Hier die Adder 1. Das heißt, die fahren sich jetzt gegenüber, also kreuz und quer. So, nochmal sechs Tage. Wunderbar. Die Lagerkosten für Öl erhöhen sich auf 1,10 Dollar pro Tonne. Das ist schlecht. Die Ölministerkonferenz in Arabien beschließt Erhöhung der Förderquoten. So, die Adder 1 ist in Mexiko. Die Adder 2 in New York. Wunderbar. 15.000 Tonnen haben wir. Ölmarkt, Ölverkauf. New York. Alles. 3,7 Millionen. Uns fehlt ein bisschen was. Bis zu 5 Millionen. So, ich würde sagen, wir kaufen nochmal ganz schnell Burttürme. Sie sind nämlich gerade im Angebot. Bei einer Million. Das ist super für Mexiko. Bitte, äh, drei Öltürme. Und ich würde sagen, wir schicken jetzt Adder 2 wieder zurück mit Ballast nach Mexiko. Zip. 6.000 Tonnen. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen warten. Noch ein paar Tage. Taxi! Ab zum Flughafen! Alle Passagiere des Fluges OC 220 nach Mexiko. Bitte sofort zum Ausgang A. Ja, Moment mal. Hier sitze ich. Okay. Adeline landet in Mexiko. Ankunft von Adeline in Mexiko. Reisezeit ein Tag. Okay. So 7.000 Tonnen. Das heißt, wir haben in Mexiko 15.000. Für die Schnellrechner. Einfach mal 8 Tage warten. Ich würde sagen, wir gehen aber ganz kurz auf die Expedition. Oh, mir ist schlecht. Irgendwie ist mir, oh. Katastrophe im Ölhafen von Rotterdam. Monatsabrechnung. Prämie. IF 1300 Dollar. Wunderbar. Und Gehalt 6000 Dollar. Macht auf unserem Konto 22.000 Dollar. Aktienkursänderung plus 226 Dollar. So, Gehaltserhöhung um 300 Dollar. Naja, es geht. Zu Aktienbesitz 3%. Dann haben wir unser Ziel natürlich auch wieder gesetzt. Neues Ziel. Wir halten die 3%. Die Öl exportierenden Länder beschließen eine Erhöhung der Ölproduktion. Ankunft von anderen in Mexiko. Aufenthalt 14 Tage. Das heißt, wir waren im Krankenhaus. Unsere Gesundheit war ein bisschen angeschlagen. Aber wir haben jetzt die 21.000 Tonnen Öl. Das ist sehr schön. Das heißt, wir können hier die Fracht starten. von Mexiko. Transport nach New York. Ich würde sagen, wir fangen mit der aller 2 an. So. Und haben jetzt hier noch ein bisschen Chancen, dass wir das vielleicht nochmal voll kriegen. Ich gehe mal in die Expedition. Und wir machen nochmal eine Probebohrung hier. Probebohrung da. Und nochmal Probebohrung hier. So. Dann hätten wir 5 Quellen. Wo wir dann, wenn sie fertig sind, natürlich dann auch entsprechend die Ölmenge vielleicht anpassen sollten. 6.000 Tonnen haben wir. Die Fracht ist unterwegs 6 Tage. Ich würde sagen, wir warten erstmal die 6 Tage ab. Ich nehme nochmal ein Zimmer. So. Ach geil. Dem Unternehmen von Annalien werden Subventionen in Höhe von 2 Millionen bewilligt. Geil. Oh Matt. Sehr schön. Und Öl haben wir auch. Gerade rechtzeitig, dass wir dann entsprechend auch die 5 Millionen Wechsel da noch haben. Vielleicht, wenn es denn gut geht. So. Wir müssen noch 3 Tage warten. Fracht von New York. Ballast nach Mexiko. Ballast mal zurück. Ich meine, Baller mal zurück. 3 Tage. Komm schon. Das wird doch gehen. Ne. Ne. 3 Tage. Fracht von Mexiko. Transport nach New York. Wir müssen bis zum Ende des Monats da sein. Aber es müsste jetzt eigentlich genau funktionieren. Schauen wir mal. Tanker Positionen. In 3 Tagen ist die ADA 2 in Mexiko. Und in 6 Tagen die ADA 1 in New York. Wunderbar. Da werden wir sowieso in Mexiko jetzt momentan noch 0 Tonnen haben. Ist es egal. Dann warten wir mal 6 Tage ab. Ab ins Zimmer. Die Lagerkosten für Öl erhöhen sich auf 1 Dollar 20 Cent pro Tonne. Okay. Wunderbar. 23. Geil. Ölmarkt. Ölverkauf. New York. Alles. Aber wir haben unsere 5 Millionen. Das ist ja wunderbar. Klasse. So. Fracht von New York. Ballast nach Mexiko. Die ADA 1. So. Wir haben jetzt 14.000 Tonnen. Das heißt, wir können 8 Tage mal locker warten, würde ich sagen. So. Hup. Annalyn wird der Manager Cup Klasse 9 verliehen. Der Preis ist mit 23.000 Dollar notiert. Spenden Sie das Geld. Nö. Ihr Konto erhöht sich auf 42.685 Dollar. Sehr schön. Prämie 13.300 Dollar. Gehalt 6.300. Macht ein Konto von 62.000 Dollar. Wechsel von Annalyn wird fertig. Wechselhöhe 5 Millionen. Okay. So. Dann schauen wir mal, was übrig ist. 1,1 Millionen haben wir noch übrig. 62.000 Dollar haben wir auf unserem Privatkonto. Und hier unser erster Preis. Juhu. Klasse 9 Award. Hier natürlich ganz oben ins Regal gestellt. So. Dann können wir ganz schnell noch mal Öl nach New York schicken. Transport nach. Ach Quatsch. Ja, ja. Nach New York. Und zwar fangen wir an mit der ADA 1. So. Wir haben jetzt ungefähr 30.000 Tonnen, würde ich mal sagen, aufgerundet. Mit an Frachtkapazität. Wir haben 5 Öltürme, die 500 Tonnen pro Tag fördern. Wir schauen mal, Zentrale. 500 Tonnen pro Tag mal 5 Türme sind 2.500 pro Tag mal 12 Tage sind genau 30.000 Tonnen. Also insofern ist es hier optimal. Das sollte alles so funktionieren. So. Dann müssen wir noch mal ein bisschen warten. Also 6 Tage wieder ab ins Hotel. Im Zimmer. Und ich würde sagen, komm, wir machen mal. Ach ja, komm. Einmal nochmal Zimmer. Einmal nochmal Zimmer. Danach machen wir Apartment. Weil wir haben ja jetzt ein bisschen mehr Geld. Und 6 Tage Aufenthalt. Oh. Was jetzt? Universitätsball. 2. April 1960. Erfolgreichster ehemaliger Absolvent des Jahrgangs 1960 ist Adaline. Sehr schön. Ha. Danke, danke. Zu viel der Ehre. So. In New York ist es angekommen. Jetzt machen wir hier Fracht. Von Mexiko. Transport nach New York mit der ADA 2. Und von New York Ballast nach Mexiko. Die ADA 1. Wunderbar. Es läuft. Klasse. Ölmarkt, Ölverkauf. New York alles. Ja, 2,5 Millionen. Wunderbar. Ha. Wunder, wunderschön. So. Zentrale. Wir sind natürlich immer noch in Mexiko. Ich würde sagen, wir fliegen einmal nach New York. Alle Passagiere des Fluges OC 180 nach New York. Bitte sofort zum Ausgang B. Ich möchte hinten sitzen. Juhu. Auf geht's. Adaline landet in New York. Ah, wunderbar. So. Dann gucken wir mal. Die Werft. Wir könnten jetzt hier so eine LR1 vielleicht bauen. 45.000 Tonnen für 9 Millionen. Ich glaube, das ist unser nächstes großes Ziel. Ich gehe noch mal ganz kurz ins Hotel. Hier war mein Apartment. Hier für fünf Tage. Ein bekannter Sportclub bittet allen um Unterstützung. Spenden Sie? Ja, natürlich. Nur nicht zu viel. Ja. Ich gehe noch mal ganz kurz. Tareeล. Nies asleep. Taree. 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 Vielen Dank.